Wir bringen den Wickel in den Reihen. Schwimmen kann er ja. Wieso? War dir ein bisschen warm? Komm her. Komm her. Ja. Was sagst du? Erfolgreiche Trainer, oder? Ist doch geil, oder? Dein Mädel hat gewonnen. Hast du die gecoacht, oder was? Dafür hast du das alles gemacht, oder? Hast du das alles veranstaltet, die Geschichte? Unglaublich. Wahnsinn, oder? Waren sie schon aufgeregt heute Nacht? Wusste sie das? Ne, sie haben auch nicht mit dem Finale gerechnet. Und ich hatte ja auch wirklich, als ich es gesehen habe, Silke als Favoritin gesehen. Aber unglaublich. Echt unglaublich. Und Schauer? Läuft denn Schauer über den Rücken? Ich meine, die haben viel trainiert, oder? Die haben viel trainiert. Ja. Das ist nicht voll oben. Spannend ist aber, wir haben auch wieder während der Regatta hier gearbeitet. Listen ausgedruckt, sich um die Orga gekümmert und segeln dann. Ja. Und gewinnen das Ding. Parallel. Das ist die Geschäftsstelle vom NAV. Da muss man jetzt mal sagen. Okay, Nicola ist jetzt auch... Nicola Farlo. Top Seglerin. Claudia Langehahn. Annika Poland. Ja. Unglaublich. Glückwunsch. Danke dir. Sehr schön.